Dies ist eine Videoantwort noch einmal für den Andy Haas. Es geht um dieses Walter-Taschenmesser mit der normalen Klinge und mit der Säge. Ich wünsche mir als Verbesserung, dass diese Griffschalen, die zum Teil hier etwas locker sind, wie man das erkennen kann, dass die ausgetauscht werden mit einem Stück Holz, denn ich mag sehr, wie beim Wenger das Ranger Wood aussieht. Und das ist eigentlich, was ich mir vorrangig wünsche und nebenrangig. Ich weiß nicht, kann man das hier erkennen? Hier ist eine kleine Lasche drin. Ob es machbar ist, dort ein Loch durchzubohren, dass man hier einen Fangriemen durchziehen kann oder in irgendeiner anderen Art und Weise, dass man eine Fangriemenöse hat, die man an diesem Gerät nicht hat. Also, ich denke, das ist machbar und das ist jetzt eine alternative Videoantwort anstelle der Videoantwort, die ich gemacht habe über den Autoschlüssel. Ich denke, das ist ein bisschen zu sehen.